Hier ist das versprochene Video über, ja machen wir zuerst einmal Symmetrie. Ihr habt es ja schon gehört, es gibt gerade und ungerade Funktionen. Und ich würde jetzt ganz gerne mal erklären, wieso eine gerade Funktion überhaupt gerade Funktion heißt. Schaut es mal an, was ich da eingebe. Sagen wir mal 0,2x hoch 4 minus 0,8x hoch 2 minus 3. So, ok. Seht ihr, dass die symmetrisch ist wie ein Schmetterlingsbild. Eigentlich faszinierend das Ganze. Und jetzt ist euch vielleicht was aufgefallen. Ich habe für die x nur gerade Hochzahlen verwendet. Jetzt wird sie sagen, na und was ist mit dem 3er? Na gut, mache ich halt 3 mal x hoch 0. 0 ist ja auch eine gerade Zahl. Und jetzt seht ihr ja, x hoch 0 ist 1. Also das könnte ich weglassen. Mein GeoGebra schreibt Sinn, aber es ist eigentlich völlig sinnlos. Das ändert nichts. Also wenn ich nur gerade Hochzahlen nehme, dann kriege ich immer so ein Schmetterlingsbild. Und jetzt gibt es zu diesem symmetrischen Bild, das symmetrisch zur y-Achse ist. Also ich kann das an der y-Achse falten und es würde völlig deckungsgleich sein. Jetzt gibt es zu diesem symmetrischen ja eine ganz eine wirklich formale mathematische Definition. Und diese Definition heißt, f von minus x ist gleich f von x. Und das muss man sich jetzt ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. f von minus x ist ja der Funktionswert an einer bestimmten Stelle und f von plus x ist auch der Funktionswert an einer bestimmten Stelle. Und jetzt überlege einmal, wie das ist, wenn die Funktion so symmetrisch ausschaut. Dann muss ich doch, wenn ich um einen bestimmten Betrag nach links gehe, genau denselben Funktionswert haben, wie wenn ich um denselben Betrag nach rechts gehe. Also wenn ich da 2 nach links gehe, habe ich einen Funktionswert von minus 3. Wenn ich 2 nach rechts gehe, habe ich auch einen Funktionswert von minus 3. Das heißt, f von minus x ist dasselbe wie f von plus x. Das heißt symmetrisch. Soweit einmal klar? Also, schauen wir uns das einmal an bei einem anderen Beispiel. Nehmen wir was mit x hoch 6. Also, zum Beispiel minus 0,1 x hoch 6 plus x². Also, der Zweier fehlt, denkt man gerade, das stimmt ja genau das nicht. Na ja, das schaut schon so aus wie ein Zahn. Ja, plus 3. Na, und wieder habe ich so ein komisches Ding da. Das ist genauso symmetrisch. Und wieder habe ich zum Beispiel f von minus 1 ist hier, f von plus 1 ist hier. Lustigerweise gibt es jetzt auch eine andere Funktion, die auch symmetrisch zur y-Achse ist, nämlich die Cosinus-Funktion. Ja, die hat dieselbe Eigenschaft. Schaut, da ist die y-Achse. Ich blende mal die anderen zwei aus. So. Da ist die y-Achse. Und wenn ich das jetzt wieder wie ein Schmetterlingsbild falte, dann sind die völlig deckungsgleich. Also, die Cosinus-Funktion wäre sozusagen eine gerade Funktion und gleichzeitig eine periodische. Aber das mit periodisch kommt erst im übernächsten Video. Sauber. Sauber. ать.